Hallo liebe Häcklerinnen und herzlich willkommen auf eine neue Folge von Wohle und Handarbeit. Ich habe euch letzte Woche die drei Häckeleier gezeigt und ich hätte jetzt noch drei, die umhäkelt werden müssen. Und ich habe leider keine Anleitung, aber ich werde wieder was versuchen, genauso wie beim letztes Mal. Ich fange wieder mit dem weißen und ich mache mir ein 6 Luftmaschen. Ich muss durch die Kamera schauen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Die muss ich jetzt zu einem Kreis binden. Jetzt mache ich 1, 2, 3 zum Steigen. Und ich werde 12 Stäbchen hier arbeiten. Nach der 12 muss ich jetzt in der dritte eine Kettmasche arbeiten. Dann mache ich wieder 1, 2, 3 zum Steigen. Und jetzt werde ich hier diese Stäbchen aufheben und als Vorderstäbchen arbeiten. So, der nächste. Einmal normal arbeiten als Stäbchen. Und einmal aufheben und als Vorderstäbchen arbeiten. So, dass bei jedem Stäbchen ein normales und ein Reliefstäbchen haben. So, nachdem ich alle gearbeitet habe, komme ich wieder hier bei dieser 3 zum Steigen. Das war nicht der 3 zum Steigen. So, ich arbeite wieder 1, 2, 3 und jetzt arbeite ich in diesem noch 1. Und dann der Reliefstäbchen. Und hier wieder 1 und 2. Und dann der Reliefstäbchen. Und hier wieder 1 und 2. 1 und 2. Und der Reliefstäbchen. Okay. So, jetzt habe ich wieder die Runde fertig. Eine Kettmasche. So schaut aus. Jetzt machen wir wieder eine Kettmasche. Und dann arbeite ich wieder in dieser erste. Ein Stäbchen. Das ist wieder die Zunahme. Dann der zweite normale Stäbchen arbeite ich nochmal. Und der Vorderstäbchen arbeite ich als Vorderstäbchen. Der Relief. So. Hier in der erste Stäbchen eine Zunahme. Und das ist wieder. Dann gibt es noch 1,5 cm. Und der dritte Stäbchen. So. 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 Jetzt ist diese Reihe auch noch fertig. Ich runde. Und ich werde jetzt schauen. Ich finde dann noch eine Reihe mit Zunahme. Wir müssen noch eine Reihe mit Zunahme machen. das heißt. Ich muss 1,2,3 zum Steigen machen. Und genau in diesen Stäbchen arbeite ich noch 1. ich muss jetzt wirklich schauen, wo ich stecken muss, ich schaue durch die kamera und da kann ich nicht so gut sehen, so jetzt kommt der relief täppchen ups, das war der erste, da hätte ich schon mal bewachen müssen ja, nicht vergessen so die nächste runde ist fertig und ich werde jetzt keine zunahme mehr machen die nächste runde werde ich genauso arbeiten wie die und ich habe vergessen mein doppelstäbchen zu arbeiten ja, mein reliefstäbchen so, und jetzt hier und diese reihe werde ich oder diese runde werde ich genauso arbeiten wie die von vorher ohne zunahme das heißt ich habe hier vierstäbchen, da werde ich nur vierstäbchen arbeiten eins zwei drei und vier und andere reliefstäbchen und das ist alles, was ich diese runde mache die vorrunde wiederholen ohne zunahme so eins zwei drei und vier hier ups und jetzt diese reliefstäbchen so und jetzt müssen wir es wieder langsam wieder abnehmen das heißt ich mache eins, zwei, drei zum steigen das ist das erste Stäbchen sozusagen dann die nächsten zwei werde ich nicht mehr fertig arbeiten sondern zusammen arbeiten und jetzt habe ich insgesamt zwei Stäbchen hier weil das ist eine Abnahme und drei Stäbchen und unsere reliefstäbchen bleibt so wie es ist dann der erste arbeite ich normal und die nächste zwei arbeite ich nur halb und zusammen und dann noch ein Stäbchen und dann noch ein Stäbchen eins, zwei das ist der dritte und wieder der reliefstäbchen und das mache ich jetzt die ganze Reihe zwei die ganze Runde ein normales Stäbchen dann zwei zusammen zuerst mal zu halb arbeiten und dann fertig dann noch ein normales Stäbchen und der reliefstäbchen und das muss ich jetzt immer wiederholen so schaut mein Ei aus bis jetzt es ist nichts ich weiß was ich besonderes oder einzigartig ist das habe ich mir selber ausgedacht gerade und naja so das heißt ab jetzt müssen wir noch ein paar rein abnehmen oder zumindest noch eine sofort und weil wir hier nur drei Stäbchen haben wird es schon ein bisschen schwieriger sein eins, zwei und drei und das ist jetzt dieser erste hier haben wir ein Stäbchen was wir letzte Reihe zusammen gearbeitet haben das habe ich jetzt nicht fertig gearbeitet und ich nehme mir den nächsten Stäbchen und arbeite auch nur die Hälfte und jetzt jetzt habe ich nur zwei zwei wieder zusammen und der reliefstäbchen und der reliefstäbchen und ich mache hier die erste normale Stäbchen bei den nächsten das war unsere Abnahme und der nächste so jetzt habe ich zwei wieder zusammen und die reliefstäbchen und die reliefstäbchen so so ein normaler Stäbchen und dann wieder die nächsten zwei zusammenarbeiten und dann andere reliefstäbchen und andere reliefstäbchen so so ich werde jetzt diese Reihe genau so wiederholen das heißt ich werde jetzt eins und zwei Stäbchen haben und die zwei Vorderstäbchen oder die Vorderstäbchen machen wir mal zusammen der Anfang das ist der erste eins, zwei, drei und hier ist der nächste Stäbchen und jetzt kommt gleich der reliefstäbchen so der erste Stäbchen und der zweite arbeitest du da wo du die gemacht hast wo du die abnahme wo du die zwei zusammen abgemacht hast und jetzt wieder der reliefstäbchen so so machen wir diese Runde so jetzt für die letzte Runde habe ich mein Ei schon reingetan weil es wird immer enger und dann kann ich ihn nicht mehr reinpacken jetzt müssten wir hier die zwei zusammen arbeiten und bei dieser ersten wird er ein bisschen schwieriger weil du musst ja die drei zum steigen arbeiten und ich glaube wir machen jetzt jetzt nur zwei zum steigen und das nächste Stäbchen so dann der reliefstäbchen nein 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 so jetzt ist die zweite Gruppe da jetzt muss ich in diese ersten Stäbchen und ich arbeite es nur halbwegs halbwegs und die nächste auch und jetzt der reliefstäbchen und jetzt muss ich jetzt die ganze Runde machen wenn du nicht durch die Kamera schauen musst dann geht es ein bisschen leichter auch mit dem Ei drehen so jetzt die 2 4 die 2 2 2 3 1 3 3 1